Sie hören Bretonischer Ruhm, Kommissar Dupins zwölfter Fall, von Jean-Luc Banalek, gelesen von Christian Berge, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Der erste Tag. Zunächst müssen wir mit einem kriminellen Vorurteil aufräumen. Dupin hörte gespannt zu. Die junge Frau reckte das Kind kämpferisch nach vorn. Dem Vorurteil, dass es keine bretonischen Weine gibt. Dupin hätte es sich denken können. Selbstverständlich gibt es bretonische Weine. Die Winzerin, schulterlange, flachsblonde Haare blickte streng. Und sie gehören zu den besten, berühmtesten und beliebtesten der Welt. Was für alles Bretonische galt. Dennoch war es im Hinblick auf den Wein eine kühne These. Dupin kannte einen Weinhügel südlich von Saint-Malo und ein paar Reben am Golf de Morbihan, beides sehr hübsch, aber weltberühmt. Natürlich spreche ich von den Loire-Weinen. Natürlich. Genau dort befanden sie sich gerade. An der Loire, unweit ihrer Mündung, westlich von Nord. Im Augenblick allerdings in einem hohen Gewölbe unter der Erde, stimmungsvoll beleuchtet, ja, mit einem riesigen alten Kerzenleuchter, aber eben unter der Erde. Nicht Dupins Sache. Er mochte weder Höhlen noch Tunnel, nicht einmal gewöhnliche Keller. Es war bei weitem nicht so schlimm wie seine ausgeprägte Angst, auf dem Meer zu sein, aber dennoch. Die meisten Menschen machen sich gar nicht bewusst, tadelte die engagierte Winzerin, dass die Loire, der längste Fluss Frankreichs, eigentlich ein urbritonischer Fluss ist. Sie mündet nicht bloß nach tausend und zwölf Kilometern in der Bretagne. Ihre ganzen letzten hundert Kilometer fließt sie durch bretonische Lande. Und was war mit den anderen 912 Kilometern? Waren es nicht deutlich mehr Kilometer, die die Loire nicht durch die Bretagne floss? Dupin musste allerdings zugeben, dass er sich das mit den letzten hundert bretonischen Kilometern tatsächlich nie klargemacht hatte. Und so würde es wahrscheinlich den meisten Menschen gehen, auch Bretonen. Wobei man freilich erwähnen musste, dass das Departement Loire-Atlantique im administrativen Sinne gar nicht mehr zur Bretagne gehörte, seit es ihr im Zuge einer Verwaltungsreform Mitte des 20. Jahrhunderts entrissen worden war. Und das, obwohl die Region doch seit tausenden Jahren ein wesentlicher Teil der Bretagne gewesen war. Woran sich, so das Empfinden der meisten Einwohner, auch nach dem kaltherzigen Verwaltungsakt nichts geändert hatte. Schon der Name Loire, fuhr die Winzerin mit Begeisterung fort, geht aufs Bretonische zurück. Liga, das bedeutet so viel wie königlicher Fluss. Heute ist die Loire einer der letzten großen naturbelassenen Flüsse Europas. Und an 400 der 1000 Flusskilometer wird Wein angebaut. Auf über 70.000 Hektar, und zwar seit rund 2000 Jahren, seit den Römern. Sie musste kurz Luft holen. Die ungemeine Vielfalt der Landschaften der Loire spiegelt sich in der Vielfalt der Weinsorten wider, denen allen etwas gemein ist. Eine einzigartige Frische, Frucht und Eleganz. Denken Sie an die Sancerre oder Pouillifumé-Weine vom Oberlauf des Flusses, die uns mit klassischen Sauvignons Blancs verwöhnen. Dupin dachte gerne an klassische Sauvignons Blancs. Oder an die Touraine, Saumur und Anjou-Weine der mittleren Loire. Hier brillieren die autochtonen Sorten Chenin Blanc und der rote Cabernet Franc, nicht bloß die romantischen Schlösser. Auch an die Chenin Blancs und den roten Cabernet Franc dachte Dupin ausgesprochen gerne. Die Winzerin musterte die neuen Teilnehmer der Weinverkostung in der Fontaine au Breton am südlichen Rand von Pornique, einschließlich Clare und Dupin. Seit drei Tagen waren Clare und der Kommissar verheiratet. Letzten Donnerstag war es geschehen. Im Standesamt von Concarneau. Nach einem ausgelassenen Fest am Samstagabend im Amiral Wosonst waren sie gestern Nachmittag zu ihrer Hochzeitsreise aufgebrochen und, das war der Plan gewesen, genau rechtzeitig zum Abendessen angekommen. Sie hatten draußen auf der Terrasse gesessen, genauer, inmitten eines wilden, üppig sprießenden Kräutergartens, inmitten einer betörenden Mischung ätherischer Düfte von Salbei, Thymian, Rosmarin, Estragon, Minze und Majoran. Und überaus köstlich gespeist. Kreationen, in denen sich viele der Düfte wiederfanden. Gegen neun war die Sonne als spektakulär blutrotes Drama untergegangen, der Himmel hatte lange nachgeleuchtet. Ein perfekter Sommerabend hier an der Côte-de-Jade, der Jade-Küste im äußersten bretonischen Süden. Ein laues Lüftchen wehte, noch über 20 Grad in der Nacht. Heute Morgen, beim Aufwachen, vor nicht einmal einer Stunde, kurz nach elf, hatte es dagegen in Strömen geregnet, ein Wolkenbruch, der bis zu ihrem Abstieg in das Gewölbe immer stärker geworden war. Die Winzerin kam zur letzten Loire-Etappe. In der Region um Nord, bis zur Mündung schließlich, regiert die Rebsorte Melon de Bourgogne, die man auch unter dem Namen Muscadet kennt. Gut gekühlt ist der Wein ein herrlicher Begleiter zu Austern, überhaupt zu allen Meeresfrüchten. Selbst die berühmtesten Gourmets bestätigen das. Dupin war überzeugt, niemand käme auf die Idee zu widersprechen. Claire und er hatten die Traube erst gestern Abend eingehend genossen. Zuerst mit, dann ohne Meeresfrüchte. Hier im Pays de Rèze, der Region südlich der Loire-Mündung, gibt es jedoch noch viel mehr Weinschätze zu entdecken als den Muscadet. Bei uns in der Fontaine zum Beispiel den Grologri. Eine sehr alte, extrem seltene Rebsorte. Und auch die Rebstöcke sind alt. Seit 30 Jahren stehen sie auf unserem Weinberg unmittelbar am Meer. Le Clos du Rocher. Ein Kalk- und Tonboden. Wer den Weinberg noch nicht kennt, schauen Sie ihn sich im Anschluss an die Verkostung an. Graue Beeren, eine Variante der weißen Grolot-Traube. Sie wurden früher meist bloß zum Verschnitt eingesetzt. Ein trauriges Schicksal, das nicht wenige großartige Rebsorten erlitten. Aus ihrem Blick sprach lebhafter Missmut. Wir dagegen lassen die Traube ihre Qualitäten ganz von selbst entwickeln. Wir machen einen reinen Grologri zu 100 Prozent. Ich sage immer, der perfekte Sommerwein und zwar für jeden Tag. Dupin war bereit, es auszuprobieren, unbedingt. Die Winzerin vermochte eindrucksvoll zu überzeugen. Es gelang ihr sogar, ihn von dem engen Gewölbe abzulenken. Ein nicht zu verachtender Nebeneffekt. Auch der Grolot passt fantastisch zu Austern und anderen Meeresfrüchten, freilich auch zu Fisch und weißem Fleisch. Wichtig ist nur, er muss zwischen 8 und 10 Grad kalt sein. Nie wärmer. Ihr Blick hatte etwas Verzücktes angenommen. In der Nase der Duft von Honig und reifen Früchten, wobei die Passionsfrucht dominiert, wenn auch mit geziemender Dezenz, um der Aprikose und Birne noch hinreichend Raum zu lassen. Und natürlich den Zitrusfrüchten der klassischen Grolon-Note. Aber jetzt verrate ich schon zu viel. Vor allem hatte sie Dupin den Mund wässrig gemacht. Darüber hinaus kreieren wir hier einen fabelhaften Schöner Blanc wie auch zwei rote Weine. All unsere Weine spielen mit den Elementen der besonderen Lage hier, wo sich Land und Meer so unmittelbar begegnen. Einer der roten ist ein Cabernet Franc. Auch eine ganz alte Traube, aus der die Merlot-Rebe hervorgegangen ist. Äußerst geringe Astringenz. Sie können ihn bereits ganz jung trinken. Und ebenfalls richtig herunterkühlen. Dupin mochte das im Sommer sehr. Junge, gekühlte Rotweine. Er hatte es schon immer gemocht. Seit einigen Jahren war es geradezu eine Mode geworden. Die andere rote Traube ist die autoktone Abourjou. Himmlisch fruchtig, etwas Johannisbeere, aber mehr noch Erdbeere und Himbeere. Ein tiefdunkler Wein. Was daran liegt, dass die Trauben fast schwarz sind. Zudem rund wie Murmeln, prall von Saft. Phänomenal wenig Säure, überhaupt phänomenal. Die Wangen der Winzerin färbten sich selbst weinrot. Ach, sie machte eine wirkungsvolle dramaturgische Pause. Es gibt so viel zu erzählen, so viel zu wissen. Ein großer Weinliebhaber hat einmal gesagt, wer ihn wirklich zu genießen vermag, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse. Genauso ist es. Ein Wein zu genießen ist eine Kunst. Und wie bei jeder Kunst gehören Wissen und Können dazu. Dabei ist es keine komplizierte Detektivarbeit, sondern im Prinzip ganz einfach. Wie der Wein selbst. Traubensaft, dessen Zucker zu Alkohol wird. Und doch ist seine Vielfalt schier grenzenlos. Sie seufzte. Weltweit gibt es über 10.000 Rebsorten. Zum Weinbau offiziell zugelassen sind davon 2.500, bei uns in Frankreich, dem Zentrum der Weinkultur, rund 200. Wobei sich der Hauptanteil der Produktion rund zwei Drittel auf gerade mal zehn Sorten beschränkt. Schon deswegen engagieren wir uns für alte, seltene Arten, in denen ungeheure geschmackliche Möglichkeiten liegen. Ich kann Ihnen nur raten, lassen Sie sich ein auf die Erkundung der immensen Vielfalt. Jede Rebsorte ist anders, besonders, einzigartig. Welch ein Reichtum. Jetzt wurde die Winzerin vollends pathetisch. Aber die Rebsorten sind nur ein Faktor von vielen, die über einen Wein, sein Wesen und seinen Geschmack entscheiden. Es beginnt mit dem Charakter des Bodens und Ortes. Gleiche Rebsorten in verschiedenen Lagen können völlig unterschiedlich schmecken. Anders als man denkt, entstehen die besten Weine nicht auf den besonders fruchtbaren Böden, das produziert bloß gepflegte Banalität, sondern ganz im Gegenteil, in Lagen, auf denen sich die Reben quälen. Wo ihnen das Äußerste abverlangt wird. Das allein schafft Charakter. Grenzsituationen wie hier bei uns am offenen Atlantik. Das alles Entscheidende aber ist der Winzer. Sein Savoir-Fair, seine Ideen, seine Visionen und die Fähigkeit, sie umzusetzen. Sie strahlte. Natürlich hängt das Weinerlebnis auch von den ganz konkreten Bedingungen des Genusses ab. Denken Sie bloß an die falsche Temperatur. Schon ein paar Grad zu viel töten die edelste Rebsorte. Und natürlich ist Weingeschmack etwas Individuelles. Lassen Sie sich von keinem Experten einschüchtern. Der eine mag frische, säurebetonte Weißweine, der andere eher milde. Die Wahrheit ist, jeder muss den Wein finden, der zu seinem Körper, seinem Wesen, seinem Geist passt. Aber jetzt zu uns. Wir wollen heute Ihren Geschmack schulen. Ihre Sinne für Aromen schärfen und Ihnen ein paar Grundlagen der Ansprache vermitteln. Das ist der Fachbegriff für eine Weinbeschreibung. Eine Übung, die Dupin nie plausibel gewesen war. Wir werden jetzt nacheinander die vier Weine unserer Fontaine verkosten. Endlich kamen sie zum praktischen Teil. Zudem ein Muscadet von der Domaine du Lac, die einem befreundeten Winzer gehört. Ein Muscadet, der erst kürzlich eine prestigeträchtige Goldmedaille errungen hat, direkt von den Ufern des Lac de Grandlieu, keine halbe Stunde von hier. Jetzt war es Dupin, der strahlte. Übermorgen würden Claire und er diesen Muscadet genau dort in der Domaine du Lac selbst trinken. Die zweite Station ihrer Reise. Die Winzerin blickte in die Runde, die Teilnehmer wiederum blickten auf die mit zahlreichen Flaschen befüllten Weinkühler, die auf dem Tisch standen. Sie wissen, dass wir eine Eco-Domaine sind. Auf unseren zwei Hektar wird streng ohne Herbizide und Pestizide gearbeitet. Übrigens auch ohne Maschinen. Alles geschieht von Hand. Claire hatte Dupin das alles bereits ausführlich erörtert. Die Eigentümerin der Auverge La Fontaine au Breton, Cécile Cast, war eine Freundin von Claire. Cécile hatte Claire und ihn schon letztes Jahr eingeladen, sie auf ihrem Weingut zu besuchen. Weingut, Hotel und Restaurant in einem. Claire und Dupin hatten kommen wollen, es aber nicht geschafft. Jetzt hatte sich alles perfekt gefügt. Eine Hochzeitsreise an die Loire, in die Weinberge. Schöner ging es nicht. Und jetzt schlagen wir unsere Weintagebücher auf, die roten Hefte, die vor ihnen liegen. Die Stimme der Winzerin hatte sich verändert, fand Dupin. Wo war der Enthusiasmus geblieben? Er hatte als Auftakt der Verkostung und nach der langen Vorrede eher an einen ersten großen Schluck gedacht, als an ein Weintagebuch. Vor jedem Platz an dem schmalen, dafür beeindruckend langen Holztisch lag ein kleines Ensemble. Ein Taschenbuch über Loireweine, eine Broschüre über die Fontaine au Breton, eine kreisrunde Schablone und eben jenes Weintagebuch. Bordeaux rot mit einem Motiv, ein stilisierter schwarzer Korkenzieher. Darüber stand »Weintagebuch« in dicken schwarzen Lettern. Es hatte ganze 144 Seiten. Nur widerwillig schlug Dupin es auf. Jede Seite ist für einen Wein bestimmt. Es beginnt mit grundlegenden Informationen. Name, Datum und Ort der Verkostung, Alkoholgehalt, Rebsorte. Dann sehen Sie fünfstufige Skalen für die Bestimmung von Körper, Tanninen, Geschmacksintensität, Säure und Süße. Die Sache wurde immer ernster. Die Verkostung selbst vollzieht sich, wie Sie wissen, in vier Etappen. Erstens optischer Eindruck, das Auge trinkt mit. Zweitens Bucke, die Nase noch viel mehr. Drittens Geschmack. Viertens Abgang. Alle vier gilt es zu bestimmen. Unten finden Sie zudem Raum für umfangreiche Notizen. Als Claire ihm von der Idee mit den Weinproben erzählt hatte, war er begeistert gewesen. Er liebte Weine, besonders die der Loire. Und er war tatsächlich noch nie an der Loire gewesen. Ein unverzeihliches Versäumnis. Auf jeder der Stationen ihrer neuntägigen Reise hatten sie mindestens eine Verkostung eingeplant. Dupin hatte sich das Ganze ausgesprochen fröhlich ausgemalt. An umfangreiche Notizen, Bestimmungen in vier Phasen, fünfstufige Skalen und Konzentration auf technische Angaben hatte er jedenfalls nicht gedacht. Wobei ihn vor zwei Wochen schon ein erstes Mal eine leichte Skepsis heimgesucht hatte. Claire hatte ihn mit einem Geschenk zur Vorbereitung der Reise überrascht. Le Neu du vin, die Nase des Weines, hieß das überformatige, kiloschwere Buch. Es ging um ein umfassendes Wahrnehmungs- und Bestimmungstraining. Eine intensive Verkostungsübung. Claire konnte gar nicht mehr aufhören, davon zu schwärmen. Der Clou des Buchs bestand in 54 winzigen Fläschchen mit typischen Grundaromen des Weins, die dem Buch beilagen. Eigentlich gab es weit über tausend Aromen, hatte Claire ausgeführt. Sie hatte für das Getue mancher Weinkonisseure so wenig übrig wie Dupin, aber liebte den wissenschaftlichen Ansatz. Dupins Leidenschaft war dagegen ausschließlich praktischer Natur. Ans Werk. Der Ton der Winzerin glich plötzlich dem einer Lehrerin. Zuerst die grundlegenden Informationen. Wir beginnen mit dem Grollo Gris. Vielleicht war es ja tatsächlich besser, nicht direkt einen kräftigen Schluck zu nehmen. Sie waren spät aufgestanden, zum Frühstück hatte es vor der Degustation nicht mehr gereicht. Sie hatten bislang nur Kaffee im Magen. Mehrere der perfekt gekühlten Grollo Gris-Flaschen machten die Runde. Alle begannen eifrig mit den Notizen. Auch Claire. Falls sie sich fragen, was das für schwarze Eimerchen sind, die an jedem Platz stehen, das sind professionelle Degustations-Spucknäpfe. Ein paar Teilnehmer nickten wissend, die anderen schauten fragend. Damit es keine Missverständnisse gibt, instruierte die Winzerin, die eben noch so sympathisch gewirkt hatte, bei einer Weinprobe wird nicht getrunken. Sie verkosten, dann spucken sie den Wein in die Näpfe. Nicht, dass Dupern vorgehabt hätte, sich heute Mittag in einer Gruppe von Unbekannten zu betrinken, aber so hatte er es sich auch nicht vorgestellt. Ein junger Mann kam die steile Wendeltreppe herunter. Die Wände des Gewölbes bestanden aus kahler Erde hier und dort nackter Stein. Einzelne Stahlpfeiler zum Stützen. Ganz ähnlich musste es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts ausgesehen haben, als der Keller gebaut worden war. Natürlich wirkte das alles sehr pittoresk. Solide Architektur aber, fand Dupern, war etwas anderes. Hallo? Ich suche einen Monsieur Dupern. Hier. Alle sahen ihn an. Ein Telefonat für sie. Eine Dame. Sie sagte, es sei dringend. Dupern sprang auf, nicht ohne Claires missbilligenden Blick zu bemerken. Aber was sollte er tun? Er holte sein Handy hervor. Kein Empfang. Nicht ein einziger Balken. Hat die Dame ihren Namen genannt? Nein, das wollte sie nicht. Das war gar nicht Nolwens Art. Sonderbar. Der Mann machte Kehrt und stieg die Treppen wieder hoch. Dupern steuerte auf die Wendeltreppe zu. Kurz darauf stand er an der Rezeption. Der Mann reichte ihm ein schnurloses Telefon. Ja? Monsieur le Commissaire? Am Apparat. Er kannte die Stimme, aber es war nicht Nolwenn, seine fabelhafte Assistentin. Hier, Madame Claudel. Ihre Nachbarin in Concarneau, Anfang neunzig mittlerweile. Das war es mit Ihrem Haus, Monsieur. Wie bitte? Na, Ihr Haus. Es wird zerstört. Zerstört? Oben. Die Holzkonstruktion. Sie hatten, nachdem sie das Haus gekauft hatten, das Dach ausbauen lassen und ein schönes Fenster als großzügigen Erker in die Schräge eingefügt. Ein Ausbau aus naturbelassenem Holz. Was meinen Sie, Madame? Ein Picver. Ein Grünspecht. Sie wissen, die durchlöchern alles. Gnadenlos, schob Madame Claudel hinterher. Es klang nach einem Monster in einem Horrorfilm. Was? Die Jahre zuvor war er bei Corinne und François zugange. Letzten Herbst haben sie ihre gesamte hübsche Holzfassade durch Plastik ersetzen lassen. Sehr hässlich, aber effektiv. Ich, was meinen Sie mit die durchlöchern alles? Na, dass ihr Specht kreisrunde Löcher in das Holz und in die Isolation dahinter pickt. Vier Stück sind es bereits. Vier Löcher? Es schien eine ernste Angelegenheit zu sein. Genau, das habe ich doch gerade ges... Warum? Sucht er Insekten? Ach, wo? Da ist doch nichts. Das weiß er. Eine Pause. Er will ein Nest bauen. In unserem Haus? So ist es. Madame Claudels Tonfall besagte, endlich ist der Groschen gefallen. Warum vier? Vier Nester? Eins für jede Jahreszeit? So ein Quatsch! Er will die Weibchen beeindrucken. Je mehr Nester, desto besser. Und wenn er merkt, dass das Isolationsmaterial nicht für ein Nest geeignet ist, versucht er es an einer anderen Stelle von Neuem. Nur um festzustellen, dass sich dort das gleiche Material... Dann wird er sicher bald aufhören. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020